Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die Stille der Stiele, anzunehmen bei Zaki. Im Ardenwald, Herz des Waldes, auf der Ebene die Wurzeln an dieser Position. Wobei, um zu dieser Position zu kommen, muss man auf der Ebene der Stamm einfach hier durchlaufen. Aber das seht ihr ja, wenn ich hinauslaufe. ForQuest war ein Micell-Netzwerk. Quest ist angenommen. Jetzt heißt es, spricht mit Poptinavius außerhalb der Stille. Na gut, also hier seht ihr es. So wo ist der Flugpunkt. Und jetzt darf ich mich hier hinbegeben. Das ist ein ziemlich langer Laufweg. Aber, ich glaube, das werde ich gut hinbekommen. Immer nach der Map orientieren, dann wird schon alles klappen. Solltet ihr noch andere Fragen haben, zum Beispiel zur Paktkampagne der Nachtfee, oder Kyriana, Nequoloft, Sventir, etc. Oder einfach nur Questgebiete durchquesten, dann schaut bitte in die Videobeschreibung, da habe ich euch ganz viele Videos verblinkt, in denen ich komplette Questreihen am Stück aufnehme, beziehungsweise aufgenommen habe. Außerdem habe ich bei den entsprechenden Videos in die Beschreibungen, die Zeitpunkte eingetragen, an welchen Stellen ich welche Quest angenommen habe. So könnt ihr direkt zu gesuchten Quest springen, ohne euch lange durchklicken zu müssen. Hoffen wir mal, die Videos sind euch eine Hilfe. Und ich habe übrigens eine Facebook-Seite, Link dazu findet ihr in meinem YouTube-Kanal-Banner. Auf der Seite poste ich öfters, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Und dürft ihr die Seite auch liken, abonnieren, wie auch immer. Sie dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, Quest ist abzugeben bei Coptinarius, im Ardenwald, an dieser Position. Hoffen mein Video konnte euch helfen, falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Weiterhin wünsche ich euch noch einen schönen Tag ohne Bugs und viel Erfolg. 1. Ok. Ende.